Schön eingekauft hier. Oh, oh, hi. Was ich mache? Ja, ich habe mal ein bisschen eingekauft. Neue Webcam, hier Lego Dimension Krams. Ja, warum? Worauf bereite ich mich vor? Ganz einfach. Am Donnerstag, Nachmittag, fängt mein 24 Stunden Livestream an auf Hitbox. Link werde ich noch hier unter das Video packen, wer es noch nicht weiß. Oder geht einfach nach Hitbox und sucht nach Gameplay mal oben mit der Lupe. Da findet ihr mich schon. Ja, 24 Stunden Livestream, Donnerstag Nachmittag fängt da an. Erstmal mit ein paar Kumpels, da spielen wir so ein bisschen auf der Wii U. Mal gucken, Mario Party, Mario Kart oder vielleicht Retro oder Risiko auf der Playstation 4, wer weiß das schon. Und abends geht es dann los. Donnerstagabend gibt es ja auch schon die Battlefront Star Wars Beta für jedermann. Egal ob Playstation 4, Xbox One, Origin PC. Scheißegal. Ich werde es auf dem PC spielen und da könnt ihr natürlich dann auch mitspielen. Das ist auch ein Grundstein schon mal, der sich legt für meinen Battlefront Star Wars Clan, den ich gründen möchte. Und ja, da wird mal dann geguckt, wer wie viele Abschüsse macht und so weiter. Da kann man sich ja schon mal angucken, wer das so drauf hat und wer nicht. Das wird auf jeden Fall dann am frühen Abend gespielt bis in die Nacht hinein. Und ja, dann muss ich mal gucken. Dann kommt vielleicht halt Lego Dimensions oder Skylar Super Chargers oder irgendwas, worauf ich dann gerade Bock habe. Vielleicht auch Elite Dangerous. Im Moment habe ich so viel zur Auswahl. Das kommt auf jeden Fall dann danach. Und wir gucken mal, dass wir die 24 Stunden voll machen. Mediamarkt habe ich jetzt schon hinter mir. Jetzt geht es ab nach Netto oder EKZ oder Penny oder was es da sonst noch gibt. Ich will ja niemanden bevorzugen. Und ich hole mir eine Palette Energy Drinks. Ja, weil sonst 24 Stunden. Wie soll ich das machen? Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Euer GameBlamer. Ciao.